Wir starten jetzt die Runde Leute und es geht darum, jetzt so viele Begriffe über Mike-Singer zu bekommen wie nur möglich. Jetzt habe ich meinen Timer natürlich wieder geschlossen, auch gut. Okay Leute, ich würde sagen 3, 2, 1, GO! Entschuldigung, kann ich kurz noch fragen? Wer hat denn einen Begriff, der mit Mike zu tun hat? Irgendeinen? Singen. Und du? Muss ein anderer auf jeden Fall sein. Weil ich... Ich muss viele verschiedene... Bescheuern? Bescheuern? Ich könnte es als Halbogen benutzen. Bravo! Okay, dankeschön. Ich hätte mir einen Begriff, der mit Mike-Singer zu tun hat, der sofort einfällt. Süß. Hübsch. Okay. Einen Begriff, der mit Mike zu tun hat? FL ist die Gang. Ja, perfekt! Wozu? Keine Ahnung, okay, okay. Einen Begriff, der mit Mike zu tun hat. Du brauchst so viele, wie es geht. Äh... Ja. Ja. Du? Karma. Ja, super. Du? Ähm... James. Einen Begriff, der mit Mike zu tun hat. Der sofort einfällt. Gut aussehend. Einen Begriff, der mit Mike zu tun hat. Ähm... 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 Ja, ja, ja. Nein, das lässt sich sein. Was steht denn auf deinem Pullover? Weiter schauen. Ja, perfekt, danke. Kann ich denn kurz was fragen? Einen Begriff, der mit Mike zu tun hat. Ich brauch einen Begriff. Irgendwas tun. Tu mal selber nachdenken über deine dumme Frage. Ja, ist noch so? Egal. Egal, passt perfekt. Super, dankeschön. Gar kein Problem. Ein Begriff, der mit Mike Singer zu tun hat. Ein Begriff? Ein Begriff, ein Song, ein Namen aus... Determin. Hat mir schon. Leider, schade. Begriff, der mit Mike Singer zu tun hat. Was? Hä? Steht noch dein Pullover. Kammer. Ja, ihr habt mir aber schon. Scheiße, egal. Ein Begriff, der mit Mike Singer zu tun hat. Am besten, was wir noch nicht hatten, aber das können wir ja nicht wissen. Ja, Kammer. Bitte? Hat mir schon. Leider. Das haben wir auch schon. Ja, perfekt. Hallo. Hallo, Parkour. Hallo. Wollt ihr auch noch einen Begriff, der mit Mike Singer zu tun hat? Déjà-vu-Tattoo. Mike ist geil. Was? Was? Ein Begriff, der mit Mike Singer zu tun hat. Geil. Hallo. Egal. Hat mir schon. Irgendwie gibt es einen anderen Zweifel. Kammer. 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 Wie heißt der Manager? Osama. Wir brauchen so viele Begriffe, wie es geht. Twix. Ja, super. Habt ihr auch noch Begriffe? Kammer. Ja, aber hatten wir schon. Achso. Davin? Ja. Tee. Paul? Olga? Ja, das war genau. Noch eine Minute. Melli. Ja. Ja. Hi. Hi. Ein Begriff, der mit Mike Singer zu tun hat. Mino. Egal. Ein Begriff, der mit Mike Singer zu tun hat. Fällt mir schon noch etwas ein. Cool. Falsalvo? Ja. Ja, super. Singen. Ja. Und du? Was hast du? Turck. Ja, perfekt. Ein Begriff, der mit Mike Singer zu tun hat. Ihr habt es ja schon gehört, aber ich frage noch was. Singen. Singen. Singen hat mich schon. Ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wie noch einen Namen? Fällt euch noch einen Namen ein oder so? Der mit ihm verbindet irgendwie familiär oder freundesmäßig? Äh, ja familiär. Kann es sein, dass du dumm bist? Ja. Ja. Okay. Okay, das war's. Ich habe jetzt nicht ganz mitgezählt, wenn ich das im Counter falsch habe. Also ihr könnt genau nochmal nachziehen, kann sein, dass ich mich voll vertue. Ich werde immer alles, was doppelt ist. Ausblöhn. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben oder zeigst du mir in einer positiven Bewertung unten in den Kommentaren. Abonniert die Kamerafrau Jessica und ich würde sagen, wir genießen jetzt noch das Konzert, das irgendwann mal anfängt. Ciao! Ciao! Ciao!